Die Staatsstrauer Ja, ich frage mich und euch, sind wir frei von Schuld? Gewiss, es waren Verbrecher oder Wahnsinnige, den Sprengstoffanschlag verübten und damit 60.000 unserer Brüder und Schwestern den endgültigen Tod im Preis gaben. 60.000 Mitmenschen, die uns vertraut haben und die hoffen, eines Tages Heilung zu finden. Dieser Hoffnung wurden sie in dem Augenblick beraubt, da das Ziel endlich in greifbarer Nähe lag. Dank der Genialität eines großen, mitverfahndlichen Ernstes. Verbrecher oder Wahnsinnige? Ich frage Sie, können es nicht auch Ihre Geleitete gewesen sein? Ich frage Sie, können es nicht auch Ihre Geleitete gewesen sein? Menschen, die meinten, man könne Probleme durch Gewalt und Mord lösen. Ist nicht in unserer Zeit die Rebellion unter uns, die Zersetzung? Grasiere nicht überall Hass, Misstrauen, Rufmord und Verdächtigung? Hat sich nicht Ehrfurchtslosigkeit breitgemacht? Jawohl! Wohin wir auch blicken, heben die hässlichen Gespenster der Staatsverdrossenheit und der Unmoral ihre grinsesten Häufler aus den Sümpfen. Wohin wir auch blicken, Falsch verstandener Liberalität haben auch wir, die Regierenden, geduldet. Dass die alte Ordnung sich lockerte, dass die Ideale schwanden und dass jeder ungestraft die Obrigkeit und ihre Repräsentanten angreifend oder verlassen wuchte. Und da war es nur noch ein kurzer Schritt bis zur Missachtung des Lebens. Damit soll Schluss sein! Wenn wir als Nation überleben wollen, wenn unser Staat nicht untergehen soll, darf es keine Toleranz gegenüber den Intoleranten geben. Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit für die Feinde der Freiheit. Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Wir wollen und werden das politische und gesellschaftliche Klima ändern, indem ein solcher Massenmord möglich war. Als Premierminister dieses Landes versichere ich euch, ihr Toten, vor denen wir uns in Ehrfurcht neigen, ihr sollt nicht umsonst gestorben sein. Misachten, wir schau하며, joke ist, die sincersten Seite gibts. économische Eltern mit ihnen heißen sollen, Technische extent crede. Jeder truck hat! Untertitelung des ZDF, 2020